Und wenn ich keine Zeit habe, auf ein Konzert zu gehen, dann müsst ihr natürlich auch nicht auf Musik verzichten. Und da wären wir auch schon beim Thema vernetzte Unterhaltung. Und Telekom hat mit Spotify zusammen ein ganz tolles Angebot. Und ich würde euch das gerne mal zeigen. Kann ich das Tablet haben? Und bei Spotify, da gibt es wirklich über 18 Millionen Songs. Die könnt ihr hier einfach suchen, ganz easy. Dann erstellt ihr Playlisten. Die könnt ihr sogar mit euren Freunden teilen. Okay, Spotify ist eigentlich fast noch besser als meine Band. Oder? Äh, nee? Also, ja. Was willst du damit sagen? Ja, aber ich meine, da habt ihr 18 Millionen Songs drauf. Ja, man kann uns auch downloaden. Ja, also, wenn ihr meint, dass ihr 18 Millionen Songs drauf habt, dann machen wir es jetzt halt testisch. Ja, 18 Millionen vielleicht nicht. Okay, dann sage ich jetzt einen Titel. Nee, ich sage keinen Titel. Ihr sagt einen Titel. Vielleicht irgendeine Idee für einen Titel? Wir sehen uns, wie wir die Erinnerung machen. Wir sehen uns, wie wir die Erinnerung machen. Untertitelung. BR 2018